Hallo ihr Lieben, heute gibt es einen kleinen Haul und eine kleine Geschichte drumherum und zwar war bei uns heute Marktsonntag und unsere Nachbarn haben Flohmarkt unten gemacht und ich wollte mich eigentlich anschließen weil ich auch Sachen abzulegen habe habe mich online informiert da steht wenn man nur einmal als Privatperson macht und nicht regelmäßig und nicht gewerblich ist es nicht meldepflichtig habe mich darauf gelassen verlassen allerdings kam dann irgendwie das Ordnungsamt also keiner weiß genau ob das Ordnungsamt war ein Typ in schwarzem Anzug halt und hatte meine Schilder entfernt das habe ich dann ausgerechnet mitgekriegt als ich gerade runtergegangen bin um bei meinen Nachbarn zu stöbern war dann leicht angefressen habe dann etwas unfreundlich die gefragt ob die die Schilder weggenommen haben und war dann ziemlich angepisst als ich dann gehört habe das Ordnungsamt und ja ich bin dann auf jeden fall wieder hoch habe mich ein bisschen beruhigt bin noch mal runter habe mich entschuldigt habe das gemacht weswegen ich eigentlich da war und zwar stöbern genau ich denke das ist auch alles wieder in Ordnung ich hoffe sie sind mir nicht nachtragend und ja heute gibt es davon den ersten Haul die Damen machen das wohl die nächsten zwei Wochen zweimal irgendwie auch noch also einmal noch nächste Woche einmal noch im Oktober da werde ich auf jeden Fall auch noch mal schnöseln gehen und ja auf jeden Fall ich muss mich jetzt mit der Gemeinde auseinandersetzen wie das denn ist zwecks Flohmärkten weil wenn ich es halt nicht darf oder anmelden muss wenn die Anmeldung kostenlos ist das ja kein Problem dann melde ich es das nächste Mal einfach an wenn ich es nicht darf oder es kostenpflichtig wird dann verkaufe ich halt weiter online viel gelaufen viel läuft momentan sowieso nicht der Markt ist relativ übersättigt ich möchte das Zeug einfach loswerden und es muss jetzt endlich eine Lösung her seit Jahren mache ich damit rum und ja genau das ist so eine kleine Anekdote die wollte ich euch einfach mitgeben einfach um euch zu zeigen wenn ihr mal wütend seid und das kriegt mal der falsche ab ist das überhaupt kein Problem geht einfach hin entschuldigt euch klärt das mir geht es jetzt viel besser wo ich mich entschuldigt habe weil die Damen können wirklich nichts dafür und die sind auch super nett und ja man will ja auch die Nachbarschaft ein bisschen pflegen und entsprechend habe ich auch tolle Sachen dort gefunden und auch direkt gekauft zum einen habe ich dort Paper Pads mitgenommen keine Ahnung ob ich da jetzt ich denke mal der Preis war ganz okay ihr seht was draufsteht seht ihr es ihr seht es nicht jetzt seht ihr es 2,50 ich glaube ein paar von den Blocken habe ich schon mal was schadet nie die ein zweites mal zu haben der ist halt so rosa grün hier sind aber noch ein paar Bögen aus einem anderen Block mit drin das werde ich dann wahrscheinlich wieder ausschneiden mit dem Plotter genau dann habe ich mitgenommen dieses Design Pad mit so schönen Pastellblumen ich glaube das habe ich auch schon mal entweder schon mal gehabt schon mal verbastelt oder ich habe es tatsächlich noch aber viele Papiere erinnern mich ein bisschen an einem ein oder sehr ähnlichen ich weiß nicht davon schon welche verbastelt habe und damals glaube ich nachkaufen wollte und die nicht mehr gekriegt habe dann habe ich hier ein diese lilan Papiere erinnern mich auch an was was ich schon habe aber ich glaube ich hatte in einem anderen Block mit drin die Sprüche auf jeden Fall aber die hier hinten sagen mir nichts und das hier sagt mir auch nichts also entweder ich habe den Block vielleicht auch gebraucht gekauft und da fehlten dann auch schon ein paar Sachen oder die haben die Papiere einfach in mehrere Glocke gepackt was ja auch möglich ist dann habe ich noch den Zettel tun wir mal weg den brauchen wir nicht mehr ich habe hier noch ein ist immer ein Bogen foliert so jetzt war wieder mal der Akku leer also ich nehme nochmal den letzten und kletter dann nochmal durch und dann hier einer der ist eher beglitzert aber den fand ich auch sehr schön sind auch sind das Cut-Eis oder Sticker ne noch nicht zugeschnitten also zum ausschneiden da mache ich mir dann wie mit einem Flotter selber Cut-Eis draus das fühlte sich gerade nur so an als wäre da schon was vorgeprägt Bögen sind auch ein paar mal drin was nicht schlecht ist so ihr seht auch so zum zuschneiden hier hinten nochmal hier ist noch ein Foto reingerutscht ähm genau und dann hatte ich eigentlich noch nach Tassen geguckt große Tassen ich liebe große Tassen und das sind jetzt definitiv die letzten die ich gekauft habe denke ich dann ist der Schrank wirklich voll hier einmal mit so einem Häschen drauf dachte ich vielleicht zu Ostern ich mag es einfach zur Saison saisonale Tassen zu nehmen dann so eine habe ich schon lange gesucht so eine schöne hohe schmale die halt neutral ist schön mit Kuh drauf hier ist noch so ein Poliertuch drin und ein Keks den gab es gratis dazu und dann nochmal eine schöne hohe Weihnachtstasse und dann war ich eigentlich schon dabei zu gehen und hab dann so ein bisschen erzählt es ist hier auch was dann haben sie mir noch alles gezeigt was sie am Bastelzeug haben und ich habe mich dann noch für zwei Sets entschieden einmal das Anhänger Näh Set hier für einen Euro und einmal so ein Nadelfilz Set fand ich auch süß für einen Euro und ich habe gesagt für einen Euro kann ich es mitnehmen ist alles drin hoffe ich können wir vielleicht mal ein Video mitmachen und das ist ja auch bei der Kati Craft Challenge als nächstes das Thema nähen dran und ich wollte zwar Nähmaschine nähen aber ich kriege irgendwie das Zimmer drüben nicht leer und vielleicht mache ich stattdessen das Näh Set genau ansonsten haben sie schon angekündigt wird die nächsten Wochen nochmal Nachschub kommen und es soll auch noch ein bisschen Bastelzeug es sollen noch so Styroporteile und sowas kommen da werde ich auf jeden Fall auch mal schmökern gehen und gucken ob da was für mich dabei ist die Box hat jetzt nichts mit dem Haul zu tun die hat mich gerade mal irgendwie gestört und werde dann auf jeden Fall nochmal schnöseln gehen die Kette die ich ursprünglich auch kaufen wollte war dann leider schon weg da bin ich dann selber schuld wenn ich halt wütend abdampfe beim ersten Mal aber so ist das Leben ich bin da keinem böse wenn ich da auf einem böse bin dann muss ich dann ist es die Gemeinde oder das Ordnungsamt wenn halt da schon wieder keine eindeutigen Regelungen sind wie das jetzt zu handhaben ist nehmt es vielleicht auch als Warnung ich weiß von euch verkaufen auch einige wenn ihr Flohmarkt machen wollt ist scheinbar tatsächlich so informiert euch vorher ob ihr es bei euch anmelden müsst und wenn es so ist dann ist es dann müsst ihr es bei der Gemeinde oder beim Ordnungsamt anmelden und erst dann dürft ihr machen also so ein spontaner Hausflohmarkt ist dann wohl nicht was sehr schade ist weil wir sind im Zeitalter wo Müll ein Riesenproblem ist wo die Wegwerfgesellschaft ein Riesenproblem ist und es wird jedes Jahr schwerer gemacht für Privatleute das Zeug was sie brauchen dem sie ein zweites Leben schenken wollen noch weiter zu geben und damit halt einen Teil der Kosten wieder zu kriegen es ist ja nicht so dass irgendjemand von uns damit wirklich Gewinn macht wir geben es viel günstiger weiter als wir es eingekauft haben und wir haben es ja auch ein bisschen genutzt aber ja aber am Ende ist es so ich habe da einen Riesenberg Klamotten da habe ich jetzt theoretisch wenn ich keine Flohmärkte machen darf online darf ich nur noch 20 Anzeigen im Jahr schalten sonst muss ich schon wieder aufpassen ob es das Steuer gemeldet wird Spenden wäre noch eine Option oder in die Kleidertonne wo es dann irgendwo bei uns ins Ausland geht und Putzlappen draus gemacht werden das ist doch nicht Sinn und Zweck und manche Sachen davon wurden noch nie getragen die sind nagelneu weil die wurden mal gekauft dann nicht gebraucht und dann ist das Kind rausgewachsen und ja und bei mir ist es zum Beispiel so ich verkaufe ja nicht nur für mich also würde ich nur mein Zeug verkaufen mir das mit der Steuer mir ja scheißegal dann würde ich bei weitem nicht über diese 500 Euro im Jahr kommen die man da haben darf aber ich verkaufe ja für meine Mutti mit weil die überlastet ist ich verkaufe für meinen Partner mit der da ja extra zählt weil er mittlerweile ein eigener Haushalt wieder ist und ja aber am Ende läuft das ja alles über meine Accounts und ja wie gesagt ist für mich unverständlich vor allen Dingen im Netz steht explizit drin wenn es eine einmalige Sache ist und als Event ist es bei mir einmalig das andere sind Online-Verkäufer dann ist es nicht meldepflichtig und jetzt ist es plötzlich doch meldepflichtig und im schlimmsten Fall kann es jetzt sein dass sogar noch vom Ordnungsamt was auf mich zukommt aber ich vermute eher nicht weil dann werden sie vielleicht gleich direkt auf mich zugekommen nach oben und wenn doch dann muss ich mal schauen was ich da mache und die Gesetze rauszumut drin steht dass es nicht meldepflichtig ist ja naja egal ich wollte jetzt hier eigentlich nicht mich beschweren ich wollte euch nur die kleine Anekdote mitgeben weil zwei Sachen daraus habe ich gelernt unsere Gesetzgebung ist immer noch nicht da angekommen wo sie sollte Nachhaltigkeit sollte belohnt nicht bestraft werden und das zweite ist wenn mal jemand Falsches dem Frust abkriegt und das war heute definitiv der Fall die unten konnten gar nichts davor die hatten Kunden ich habe da einfach ein bisschen meine Wut also ich habe die jetzt nicht arg zusammen geschissen ich war halt ein bisschen aufgebracht und habe mich auch hatte Diskussionsbedarf und die Damen waren halt dafür der falsche Ansprechpartner in dem Moment ist ja auch alles gut ich wollte ja eigentlich wollte ich nur wissen wer die Zettel weggenommen hat damit ich weiß bei wem ich nachfragen muss und das weiß ich jetzt damit war meine Frage beantwortet und dann habe ich mich entschuldigt und ich denke damit ist das auch okay und ich habe ja tolle Sachen noch gefunden also Ende gut alles gut und jetzt treffe ich mich gleich zum Sport da kann ich nochmal richtig Frust ablassen und ja genau nächste Woche gibt es vielleicht einen zweiten Teil davon ich verende an der Stelle aber erstmal das Video wünsche euch einen schönen Tag einen schönen Nachmittag einen schönen Abend je nachdem wann ihr das Video schaut und wir hören uns wieder beim nächsten Mal bis dann bis dann Vielen Dank.